Jo, hi Leute, hier ist euer Mr.Kanjin und mein Name ist Raphael und ja, willkommen zu einem kleines Facecam Video. Und ja, jetzt seht ihr mir, seht ihr mich zum hundertsten Mal, wie ich aussehe, ob jetzt nicht zum hundertsten Mal, zum vierten Mal oder so. Ich mache echt sehr, sehr selten solche Videos, deshalb habe ich mir überlegt, dass ich so eine kleine Serie mache. Also ich, wie du bist so, wie sie jetzt, 10, 20 oder so, keine Ahnung, vielleicht einmal wöchentlich oder so. Also was ihr da einfach nur machen müsst ist, mir ein paar Fragen stellen. Genau, mir ein paar Fragen stellen und ja, also irgendwelche Fragen ist egal was, also mir ist egal, vielleicht stellt ihr mir vor, was denkst du darüber oder was würdest du in diese Sache machen oder keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Ich könnte mir einfach irgendwelche Fragen stellen über Relife, dies und das ist mir scheißegal oder fragst du mich über ein Thema oder weiß, weiß ich mal. Und vielleicht werden wir auch über das Thema auch in einer Zeit diskutieren. Und ja, also wie ihr seht, ich nehme jetzt eigentlich gerade mit meinem iPod auf, iPod, ja genau, iPod ist es. iPod auch nehme ich auf und genau, es hat jetzt nicht so eine gute Qualität und Soundqualität dies und das, aber ich bekomme dann mein, also mein Mutter, iPhone wird dann repariert. Und genau, dann werde ich da einfach, damit dann aufnehmen, es hat jetzt auch ein 27p und ja, genau. Und ihr könnt aber auch unter den Kommentaren auch noch entscheiden, wie ich das Video nennen soll. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Genau, wie ich das nennen soll, ich habe einfach keine Ahnung und ja, einfach unten in meinen Kommentaren schreiben, wie ich das Video nennen soll. Ich weiß, ich bin so schlecht in Deutsch, ich bin so schlecht in Deutsch, ich bin so scheiße. Wieso bin ich so scheiße? Weil ich keinen Bock habe auf Deutsch, auf Deutsch. Okay, das war nicht. Okay. Okay.